Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu das Sims 4 Full House Challenge. Sie sieht irgendwie so ein bisschen eingefallen aus in den Backen, ne? Merkwürdig. Egal. Das Problem ist, er ist jetzt nur noch glücklich. Und Damien wurde befördert. Warum? Warum wurde er befördert? Achso, er hatte ja Urlaub. Okay, dann wurde er halt befördert. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann gehst du jetzt mal aufs Klo. Oder auch nicht, weil... Lauf da doch nicht rein. Kannst du nicht mal abwarten, meine Herren. Ja, die Frage ist, wie man konzentriert wird, ne? Bei der Motion Gaming Ausrüstung. Telefon, Tablet. Schach. Mit Schach können wir Konzentration aufbauen. Dann spielen wir doch mal Schach mit jemandem. Und zwar mit Olivia. Mit der verstehen wir uns noch nicht so perfekt. Also, eigentlich war es halt so neutral miteinander, ne? Aber... Wenn wir dann nämlich konzentriert sind... Gucken wir mal, ob wir das mit den Videospielen hinbekommen. Olivia möchte nicht mit uns spielen. Ist kein Problem. Wir können ja mal aufhören. Und mit... Spielen wir doch mit Victor. Victor ist bestimmt der Typ, der mich nicht hängen lässt. Willst du mich verarschen jetzt? Egal. Dann nutzen wir jetzt sie. Ihr spielt zusammen Schach und redet ein bisschen, damit hier dein Sozialviech nach oben geht. Damit uns das nicht zum Verhängnis wird. Das Treffen beim Schach-Dings. Wow, er hat Logik erreicht. Mensch, ist ja ein echt toller Mensch. Witz über Vampire machen, jemanden parodieren. Warteschlange ist voll. Tag verschönern. Über Geschicklichkeit reden. Das macht man halt so, ne? Von daher Show schwärmen. Schmeicheln. Macht den da jetzt hier. Über kognitive Konzentrationsmethoden. Oh mein Gott. Warum bist du kokett? Habe ich aus Versehen was gemacht? Was? Oh nein. Das war so nicht geplant. Über Interessen reden. Über Logik-Rätsel reden. Das funktioniert hier nicht so, wie ich mir das dachte mit dem Schachtisch. Okay, was auch immer du tust, geh erstmal kalt duschen. Du möchtest nämlich nicht kokett sein mit deinem Nachbarn hier. Oh, alte. Und immerhin duscht er weiter, ja? Es ist schon mal ein Meilenstein. Aber du kannst jetzt einfach ins Bett gehen, weil sonst bringt das nix. Er hat auch noch so einen alten PC, er auch. Er hat noch gar keinen. Wie, hier haben wir den geklaut, weil der kaputt war. Hier haben wir aber schon neue PCs gekauft, ne? Hier hatten wir noch keinen. Ihr seht auch noch einen alten PC. Er auch. Oh. Irgendwie haben alle einen alten PC, außer sie jetzt. Aber gut zu wissen. Dann können irgendwann alle schöne neue PCs bekommen. Dann ist das kein Problem. So, ich möchte für ihn nämlich auch schon hier was einstellen, was er jetzt machen soll. Und zwar die Toilette verwenden. Eine erfrischende Dusche nehmen. Und dann darfst du hier anfangen, die Sachen zu reparieren. Ich weiß ja nicht, wie ich auf die Idee komme, dass ich Sachen reparieren möchte, weil hier alles kaputt ist. Nein. Nein. Aufwischen. Und dann darfst du das mal aufräumen. Und dann ist seine Leiste schon voll. Aber ich finde es immer praktisch, das dann den Leuten aufzubrummen, die wir dann gleich eh nicht mehr spielen müssen. Das hat schon was. Und das hat schon was. Was natürlich einfacher wäre, wenn wir halt so einen regelmäßigen Gartenservice und einen Haushaltsservice haben. Aber das wollen wir ja bewusst nicht haben. Ich würde hier gerne noch eine Wand lila machen. Also nebenbei gesagt, können wir das jetzt auch mal schnell machen. schon besser. Aber hier unten bisher noch nichts. Wir haben die Sauna schon mal angefangen. Wir gucken mal, wie weit wir dann kommen mit der Sauna. Oh, sorry, meine Stimme. Und meinem einen Arm wird langsam kalt. Mein anderer ist ja so eingewickelt mit Decke und so meine Schulter. Und die Decke geht so bei meiner linke Schulter. Aber mein Recht ist halt frei dadurch, damit ich halt zocken kann. Ja, das ist gut, weil für Sims braucht man nur eine Hand. Und dann kann man die Schulter hier schön ausruhen. Zwischendurch mal diese paar Übungen machen, so zur Bewegung. So, Lilly muss dann bei der Arbeit sein. So, er hat schön ausgepennt. Dann kann er jetzt auch mal... So, er muss doch bestimmt sein für die nächste Beförderungsstufe. Level 6 Programmierfähigkeit. Entwicklungschef. Programmieren noch nicht begonnen. Digga, geh raus. Ich will aufs Klo. Digga, ich geh doch nicht aufs Klo. Ich singe erstmal unter der Dusche Müll leeren. So, und dann darfst du... Gewässern. Oh, meine Stimme, ey. So. Der ist, glaube ich, erstmal gut ausgelastet. Und danach darfst du ein Gourmet-Menü zubereiten. Und zwar Pasta in Partygröße. Das ist doch gut. Hast du... Und was ich ihm noch kaufen wollte, dass das mittlerweile mal alle haben, ist ein besseren... Haben wir was bekommen? Ah, Mann. Den wir sind so geil preis. Den stellen wir hier mal hin für ihn. Er hat das ja auch durch seine Beförderung bekommen. Das ist außer Technikkarriere. Also ich weiß das, weil ich gerade in einem anderen Spiel auch... Also in einem anderen Sims-Spielstand auch mit der Technikkarriere am Gange war. Oder bin. So, was kostet denn das andere Bett? Das ist bestimmt besser. Ja, ein bisschen mehr, ne? Okay, dann hat sich das auch erledigt. So, du kannst danach noch was programmieren. Hallo? Da. Und zwar programmierst du mal ein Virus. Das ist ja keine schlechte Idee. Hat das doch repariert bevor? Achso, wir haben das Essen da schon mit eingeplant. Dann darfst du das wegwerfen. Und die Pfütze aufwischen. Und dann können wir nämlich jetzt guten Gewissens zu Victor wechseln. Ich werde mal ganz kurz speichern, bevor hier irgendwas passiert. Ich hier alles mühselig erspielt habe und plötzlich keine Ahnung, Stromausfall oder so. Ist ja nicht so, als ob das nicht passieren könnte. Nein. So, Victor muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Das werden wir ändern. Du darfst fleißig arbeiten. Aber Victor möchte sich einen Urlaubstag nehmen. Victor hat noch so ein Gammelbett. Anscheinend. Ja. Aber du darfst danach noch mal kurz weiterschlafen. Zu Victor diese Fönsachen und Männerdeo und sowas. Er muss erst mal diskutieren, dass er einen Tag frei bekommt. Nicht, dass er noch fünf hat. Also, er hatte sechs und jetzt hat er fünf. Ja, genau. Ach ja. Leitender Angestellter. Nummer sechs. Ja. Karriere Level sechs. Hätte ja noch so einen Gammelfernseher. Das müssen wir auch noch ändern. Ach, er hätte hier schon den tollen, ne? Ach, ne, er hätte auch so einen. Stink ruhig im Bett rum. Ist kein Problem. Damien ist zur Arbeit. Das ist schön. Darfst du nämlich nachdenklich duschen? So. Jetzt darfst du aufstehen. Oh. Er hat die Blumen nicht gegossen. Das ist jetzt natürlich echt blöd. Dann darfst du die Toilette reparieren. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Boah, das regt mich ja auf, ne? Dass diese Toilette ständig kaputt geht. Hör mal, du brauchst das nicht aufzuwischen. Denk doch mal nach. Glücklich? Fröhliche Sims sehen alles positiv. Ah. Ich dachte, er hat einen Lolli in der Dusche gegessen. Das hat ja mein Vormieter auch gemacht. Damien erfährt inoffiziell, dass ein Konkurrent an einem Produkt arbeitet, das fast identisch mit dem ist, an dem er gerade arbeitet. Hm. Er kann die Geschäftsleitung informieren oder still sein und hoffen, dass der Konkurrent einen Reihenfall erlebt. Wir warnen die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung gerät in Panik und entscheidet, das Produkt von Damien mit allen Fehlern schnell auf den Markt zu bringen. Das kann nur schlechten Beurteilungen und schlechten Verkaufszahlen führen. Anschließend veröffentlicht der Korrent sein Produkt als verbesserter Nachfolger zum Mäusemelken. Super. Auf die Toilette. Digga, geh jetzt aufs Klo. Und dann darfst du... Wisch halt die Toilette auf. Hallo. Wisch die Toilette auf, ist halt auch gut, ne? Ja, ich hab's dann auch gemerkt, dass das nicht sinnvoll war. So Brunch servieren. Nimm mal Pfannkuchen. Lieber Victor, du kannst das. Ich glaube an dich. So. Der hat bestimmt Hunger. Ach ja, fleißig arbeiten. Die arbeitet schon fleißig. Ich finde, es muss dann auch bei der Arbeit sein. Hat er gerade seinen Kopf da reingeworfen. Ich hoffe nicht. Also er sieht zumindest nicht so aus. Das macht Victor echt toll. Oh, ich hab Hunger. Ey, verdammt. Ach, acht Minuten, dann kann ich meine Piccolinis in den Ofen werfen. Ich hab diese vier Käse-Piccolinis noch. Da hab ich jetzt auch voll Bock drauf. So Salami wär jetzt nicht so geil. Ja, nimm mal ein. Und dann darfst du in die Konsole ausschalten und den Kochkanal schauen. Ich war etwas verwirrt. Mit Claudio plaudern. Brauchst du nicht. Hol Claudio her. Ach, du brauchst gar nicht zu reden. Das ist auch noch besser. So, hier können wir bald den Garten aufbessern. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir diese Blumentöpfe noch einen nach vorne stellen. So. Dass man nämlich auch hier hinten lang gehen kann. Wenn wir einen Kiesweg hier, ne, dann nehmen wir auch noch mal Kies. Und hier wollen wir jetzt einfach mal löschen. Überlege, ob wir die jetzt auch einfach mal so hier hinstellen. Dann können wir nämlich noch mehr Kieswege machen. Ne, halt. So. Dieses Beet, da können wir ja quasi lassen. Ich werde gleich eh noch mal den Löscher hier gebrauchen. Also von daher. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Kieswege. Hier auch. Hier ist ja eh das Fenster, ne. Dann stellen wir da nämlich auch einfach was vor. Dann sieht das ein bisschen naturig aus. Eigentlich könnten wir hier so kleine Bäume anpflanzen. Das wäre noch echt cool. So, aber ich würde hier gern irgendwie so, dass man so zwei hier in der Ecke hat. Oh, Moment. Ich versuche hier kreativ zu werden. So, dann noch was von den schicken Büschen hier. So, der Busch gibt nämlich Umgebung. Dann kann man den nämlich ziemlich cool hier mit einbauen. So, und wenn wir schon mal im Garten sind. Eine schicke Gartenbank. Und was bietet sich denn so an? So ein Ottoman wäre auch nicht schlecht, ne. Das passt eigentlich auch zum... Hier zur Optik. Oh, das können wir uns gar nicht leisten. Gut zu wissen. Also zur Optik hier von... Von Holz. Also Holz passt zu Stein. Um das mal so auszudrücken. Darfst du jetzt gleich erstmal bewässern. Nachdem du da fertig gegessen und Fernsehen geguckt hast. Nervt mich ja immer fast dezent. Dann können wir den noch weiterentwickeln. Den. Sonst aber auch nicht mehr viele, ne. Sieht zumindest nicht so aus. Ja, mach doch auf schnell. Hier glitzert auch nichts mehr. Aber das hier können wir erstmal gegen Käfer einsprühen. Ich sehe schon. Wir sind irgendwie nur noch mit diesem Garten beschäftigt im Moment. Leistig arbeiten. So, er wurde befördert. Zustand Stammkunde. Okay. Oh, Victor hat die Qualität verbessert. Das ist schön. Du hast irgendwie vergessen, noch ein paar Blumen zu gießen, ne. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber schön ist, dass hier jetzt schon überall die Blumen nachkommen. Also die Früchte. Warum haben die denn ständig Käfer? Ey, ich verstehe das nicht. So, Victor hat seinen freien Tag mit Gartenarbeit verbracht. Mal wieder. So wie jeder andere Simpsum-Moment in diesem Haushalt. Aber ich warte da drauf, dass man hier so einen Gartensprinkler installieren kann. Der kann von mir auch teuer sein in-game. Ich würde ja gerne noch ein paar Accessoire-Packs und sowas dazu kaufen. So wie dieses Outdoor-Leben und so. Das habe ich ja alles gar nicht. So, Victor hat Level 5 der Gartenfähigkeit erreicht. So, wir werden das aber trotzdem mal löschen. Oh, er muss mal aufs Klo. Okay, vielleicht sollten wir ihm das mal erfüllen. So, du darfst aufhören einzusammeln. Gehst auf Toilette und machst dann weiter. Alles ernten. Die gehen immer so geil, finde ich. Das ist immer sehr cool. So, sie arbeitet schon fleißig. Lacht er sich auf Toilette schlapp? Mach ich auch, jeden Tag. Ich setze mich erst mal eine Runde auf Toilette und lache, weil das ist gesund fürs Leben. Kann ich bestätigen. Sollte man auf jeden Fall machen. Und so, und dann darfst du dir einen Pfannkuchen nehmen. Und dazu den Kochkanal schauen. So, mal wieder, ne? So, Claire muss bei der Arbeit sein. Phyllis hat Geld verdient. So, und ich wollte jetzt mal gucken. Wir haben doch, glaube ich, eine Unkaputtbar-Toilette. Ich wollte es nur mal nachgeguckt haben. Da, unkaputtbar. So, und ein Spülbecken. Gibt es denn hier etwas? Hier gibt es nichts, was unkaputtbar ist, oder? Schade. Wie sieht es denn bei den Duschen aus? Okay. Auch nicht. Aber ich glaube, es gibt halt diese Badewanne, ne? Die ist unkaputtbar. Und ich will jetzt auch eine davon kaufen. So, und dann bauen wir hier mal zwei Duschen ein. Wir nehmen mal hier von. So. Haben wir das auch mal geändert? Ich würde gerne diese Vorhänge wegmachen. Die sind irgendwie hässlich. Und mal gucken. Ob es nicht auch schönere Vorhänge gibt. Ja, wir nehmen erstmal die. Besser als gar keine Vorhänge. So. Jetzt haben wir aber auch die Zeit rumgekriegt. So. Schön beim Fernsehen gucken. Beende ich jetzt den Part. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao. Und bis zum nächsten Part. Vielen Dank. Vielen Dank.